so gut also ich hab mir da jetzt am freitag da jedes video da von der bb gehört gut jetzt ja was soll man das sagen jetzt also es war der erste song wie sie ja gesagt hat da da und Und... Rachter... Und... Ich hätte jetzt ein bisschen flottetig gedacht. Und... Für den ersten Song geht's eigentlich irgendwie so alt, gell? Bissi bum 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 und so, gell? Ich hätte jetzt ein bisschen flottetig gedacht, jetzt einfach hier. So ein bisschen bum 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 und so, gell? Bissi flott halt. Das war jetzt halt mal ein bisschen was anderes da, so, gell? Äh... Schreibt jetzt... Bissi... So... Bissi flottetig... Äh... Ich hätte jetzt ein bisschen so... Bissi flottetig... Gedacht... Äh... Schreibt jetzt ein bisschen so... Bissi flottetig... Gedacht... Ich hätte jetzt ein bisschen so... Bissi flottetig... Gedacht... Jetzt erwart hier... Von der Bibi da... So ein bisschen bum 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 und so, gell? Bissi flott, halt. Bissi flottetig... Das war jetzt halt mal ein bisschen was anderes da, so... Ja... Waren wir jetzt auch nicht so ganz bekannt da, so... Vielleicht gibt's so ähnliche Sachen, so Richtung da... Da diese Western Country Musik da, so ähnlich vielleicht, aber... Naja gut... Jetzt hat's halt das Ding ja rausgebracht... So irgendwie da das... Und äh... Ja... Weiß nicht, ob sie nochmal einen Song macht oder LP jetzt... Ich weiß nicht... Keine Ahnung... Naja... Da wird's jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen gucken da so... Ja, wie gefällt's den Leuten irgendwie... Oder hat's ihnen nicht gefallen... Wollen wir nochmal ein Lied aufnehmen... Oder nehmen wir ganz auf... Und äh... Ja... Gut... Was soll man denn jetzt auch erzählen da... Das Zufall zu dem Lied da... Ich hab so gedacht... Irgendwie so ein bisschen wie so... Für die halt... Keine Ahnung... Hätt man bestimmt besser machen können... Hm... Nun... Jo... So... Bis dann... Tschö... Macht's gut... Tschö... Tschö...